Lela Lahua hat allen Grund zu feiern. Am Montagabend wurde sie zur Siegerin der aktuellen Staffel von Stern Promi Big Brother Stern gekürt, und die Begeisterung ist riesig. Besonders Patricia Blanco, selbst ehemalige Kandidatin und großer Fan der Show, kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. In einem exklusiven Interview mit PromiFlash verrät sie, Ich fand's mega, dass Lela gewonnen hat. Sie ist einfach zuckersuß, Patricia bewundert vor allem, wie Lela ihr eigenes Ding durchgezogen hat und dafür belohnt wurde. Doch das war noch nicht alles, auch die Verlobung von Lela und ihrem Partner Mike Heiter im Live-TV sorgt für Aufregung. Patricia zeigt sich begeistert und betont scherzhaft. Heiratsanträge nehme ich überall an, ob im Fernsehen oder im Wald, völlig egal. Auch im Netz überschlagen sich die Fans vor Freude. Auf der offiziellen Instagram-Seite der Show hagelt es seit der Verkündung des Sieges Glückwünsche und Lobeshymnen. Ein Fan kommentierte, Oh mein Gott, du hast es so verdient. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg, du bist einfach toll. Lailas Sieg und ihr besonderer TV-Moment haben also nicht nur Patricia Blanco, sondern auch unzählige Fans begeistert. Was denkt ihr? Hat sie den Titel verdient? Schreibt es uns in die Kommentare.